...Hinterbeschnüffeln. Hm, gut gekontert. Wie Sie sehen, ist die Lage äußerst angespannt. Offenbar sind die Liebe immer wieder da. Ey, du könntest eingreifen. Wie bei Molly und Holly. Nein, nein, vergiss es. Ah, ah, das war im Versehen. Keine Ahnung, was da über mich gekommen ist. Naja, vielleicht bist du genau da zu lernen. Ich fing gerade an, mich an die Schoßhundnummer zugefüllen. Ich hab sogar einen Halbwasser gekauft. Du hast was? Sieh mal, ich bin ja nur... ...ein kein Schmied bei meiner Mutter sein. Und ich will ein Schmied bei meiner Mutter und Vater sein. Aber weißt du was? In dem ist egal, was du bist. Ah, das stimmt. Ich tu es. Ich war ein gutes Besten. Aber nun ist es einfach. Und weh, es liegt ein Teilekker. Es ist eine Mutter dafür, nicht zurückhalten. Wer da wunderschön gesagt ist. Oh, die Zuschauer, die wir gestatten. Was denn? Ich stelle an die Schmied bei meiner Mutter. Oh, die Boah. Ach, die. Hoffentlich sieht das jetzt nicht weiter aus. Ach, das ist... Oh, das ist passiert. Also geht's mit dem.